Also ich brauche keine andere Leuchte mehr, nur Handypright. Also, ich bin begeistert von Handypright. Erstens, das Licht ist so hell, es beleuchtet den ganzen Raum. Zweitens, der Magnetfuß ist einfach genial. Er hält bombenfest. Und drittens, funktioniert das alles ohne Kabel. Was will man mehr? Am praktischsten finde ich Handypright in meiner Werkstatt. Heimwerken ist mein Hobby. Aber je älter ich werde, desto mehr Licht brauche ich dafür. Mit Handypright sehe ich alles wieder perfekt. Und die Leuchtdauer ist so lang, die habe ich ja mein ganzes Leben lang.